SAP-Systeme Anpassungen können dabei von kleineren Anpassungen und Korrekturen bis hin zu komplexen Weiterentwicklungen reichen. Hier gilt es, die zugehörigen SAP-Transporte einfach, schnell und möglichst ohne Risiko von den entsprechenden Entwicklungssystemen in die Zielsysteme zu überführen. In der Praxis finden sich dabei nicht selten zeitaufwendige und fehleranfällige manuelle Workflows und Prozesse, Medienbrüche, eine lückenhafte Dokumentation von Änderungen sowie fehlende Kontrollmechanismen. Dies kann zu einer unnötigen Bindung von Ressourcen durch manuelle Tätigkeiten, erhöhtem Koordinationsaufwand, Mehraufwänden durch nachträglich erforderliche Korrekturen sowie vermeidbaren Systemausfällen führen. Mit der Komplexität der vorhandenen SAP-Systemlandschaften sowie mit Anzahl und Umfang der erforderlichen Änderungen steigt in der Regel auch die Notwendigkeit, die Durchführung von Änderungen mit entsprechenden IT-Lösungen zu unterstützen. Hierfür bietet RealTech das Modul Transportmanagement von The Guard Smart Change an. Die nahtlos in SAP integrierte Lösung hilft Unternehmen, Änderungen auch in komplexen und dynamischen SAP-Systemlandschaften sicherer, effizienter sowie jederzeit transparent und nachvollziehbar durchzuführen. The Guard Smart Change bietet eine Automatisierung von Workflows und Prozessen sowie eine integrierte Qualitätssicherung zum Beispiel auf Freigaben und Genehmigungen, die Vollständigkeit von Transporten, Abhängigkeit von Objekten, Kollisionen und Überholer, kritische Objekte oder auch potenzielle Risiken im transportierten ABAP-Code. Anwendern von The Guard Smart Change steht für die Überwachung von Transportprozessen sowie die Genehmigung von Transporten ein zentraler Monitor zur Verfügung. The Guard Smart Change erzielt damit eine signifikante Erhöhung der Sicherheit und Qualität im SAP Change und Transportmanagement. Gleichzeitig werden Zeitaufwand, Risiko und Kosten für Änderungen minimiert. Mitarbeiter werden entlastet und dadurch Freiräume in der IT für weitere Aktivitäten geschaffen. Sie möchten mehr erfahren? Weitere Informationen zum Transportmanagement mit The Guard Smart Change erhalten Sie unter smartchange.realtag.com NDR 2019